Ihr müsst noch für eine Quest einen Boss töten und habt keine Lust, ihn die ganze Zeit zu farmen und zu suchen, ob er denn überhaupt da ist. Da habe ich was für euch. Moin und servus, euer Mai hier zu einem neuen Video und heute ein kurzes Video über einen Bug, der euch beim Boss farmen extrem, extrem hilft. Die ganze Sache ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen es anhand des Beispiels Interchange. Ihr geht auf einen Interchange-Raid, der geht 40 Minuten lang, das heißt, wenn ihr spawnt, steht oben rechts in der Ecke 39,950 auf dem Timer, Restzeit noch. Wir warten jetzt also zwei Minuten oder gehen schon mal in Richtung der Killer-Spawns und wenn wir dann dem 38,00 Restzeit näher kommen, oder auch 37,57, dann schauen wir ganz genau oben rechts in die Ecke. Denn wenn wir hier einmal kurz einen Packet-Loss bekommen, dann bedeutet das, dass der Boss nicht auf der Map ist. Wenn wir allerdings nicht nach zwei Minuten, beziehungsweise spätestens nach zweieinhalb Minuten einmal Packet-Loss hatten, dann ist der Boss tatsächlich auf der Map und gespawnt und wir können ihn suchen an den jeweiligen Spawns, die der Boss hat. Die ganze Sache haben wir gegengecheckt. Wir haben es versucht auf drei Maps aktuell, das wäre einmal Interchange, das wäre einmal Customs und einmal Woods und auf diesen drei Maps ist es überall genauso. So, nach zwei Minuten, nachdem der Raid angefangen hat, kriegt ihr immer den kurzen Packet-Loss. Wenn der kommt, dann ist kein Boss da und wenn ihr keinen bekommt, dann ist der Boss eben da. Und ja, das hat zu 100% funktioniert und es korreliert wohl miteinander. Und dementsprechend gehe ich auch ganz stark davon aus, dass es eben auf den anderen Maps genau das gleiche ist. Also, auf Factory seid ihr wahrscheinlich schneller, wenn ihr Katagela einfach so direkt sucht. Allerdings auch da wahrscheinlich nach zwei Minuten. Auf Reserve für Glukar, auf Streets für Killer und Glukar, auf Shoreline eben für Sanitar. Da könnt ihr ganz easy die Bosse farmen oder beziehungsweise dann eben direkt Bescheid wissen, ob die Bosse überhaupt auf der Map sind. Und wenn sie eben nicht auf der Map sind, dann geht er raus aus der Map und lädt direkt in die nächste Map wieder rein und schaut dann eben, ob sie diesmal wieder da sind oder ob sie diesmal eher da sind. Die ganze Sache hat aber einen Haken und zwar, die Goons zählen da ebenfalls mit rein. Also, wenn ihr auf einer Map seid, bei der die Goons da sein können, das heißt die Rogue-Bosse, dann zählen die da ebenfalls mit rein. Also, wenn ihr auf Customs mal zum Beispiel keinen Packet loss bekommt, aber ihr könnt Rischala nicht an der Tankstelle oder in den Dorms finden, dann bedeutet das, dass die Goons an Fort Knox beziehungsweise zwischen Fort Knox und Crackhouse sind. Das ist die Sache, die dazukommt. Also, allerdings ist das eher selten der Fall. Dementsprechend solltet ihr da ganz gut unterwegs sein und sollte euch das nicht allzu oft in die Quere kommen. Es ist eine ziemlich witzige Sache. Ich konnte es selbst erst nicht glauben, als es mir im Chat erzählt wurde. Es wurde von Glorious E. als erstes losgetreten. Dann ist es ein bisschen in die deutsche Community geschwappt über Knüppelpaste. Und da hat dann auch mich heute erreicht, beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, gestern. Und da haben wir es dann getestet. Und ja, die Erfolgsquote ist 100%. Und ich werde jetzt ab jetzt, wenn ich Killer hante, den brauche ich noch für meine Quests, werde ich am Spawn Richtung Interchange laufen. Werde ich ein bisschen reinlaufen, aber mich schon mal Richtung Ausgang begeben. Und sollte ich dann Packet Lost bekommen, dann bin ich zack Richtung Ausgang, neue Runde und wieder rein. Bis Killer dann eben da ist. Und dann suche ich ihn und versuche meine Quest so abzuschließen. Das erspart mir einiges an Nerven. Gerade auf Interchange die Map, die ich jetzt nicht so dolle mag. Aber ja, so könnt ihr das ebenfalls probieren. Wenn ihr Sanitar noch braucht, dann wisst ihr, okay, jetzt muss ich Pia oder Resort oder Villa eben abchecken. Oder ich kann halt direkt wieder zum Ausgang gehen. Finde ich eine ganz nice Sache. Ist so natürlich nicht enttendet, aber es ist halt nun mal so. Und nutzen wir es, solange es noch geht. Und ich gehe mal stark davon aus tatsächlich, dass dieser Bug wirklich schon seit 0.13 am Anfang an drin ist. Und wir konnten halt einfach nur nicht die Punkte miteinander verbinden quasi. Aber jetzt wurde diese ganze Sache entschlüsselt. Und jetzt wissen wir, wieso dieser kurze Packet-Loss nach 2 Minuten in jedem Raid da ist. Beziehungsweise in fast jedem Raid. Und ja, jetzt wissen wir es. Was ihr mit dieser Information macht, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wir sehen uns im Stream. Würde mich freuen. Bis dann. Euer Meier. Ciao, ciao. Ciao, ciao.